Hallo! Kommst du mit? Wohin? Wirst du gleich sehen. Love me again, love me again, for my mother for this life, can't afford to love my soul and life, I could fall again, but your love is gonna save me so I may fall. Es ist einfach ein Zuckerüberfluss auf diesen Tischen zu finden, der einfach Wahnsinn ist. Halt alles, was das Süßigkeitenherz begehrt, würdest du jetzt sagen. Genau. Und Mirja, wie machst du das, wenn du in die Familien gehst? Wie überzeugst du die Familien davon, dass ein Nutella-Toast vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist wie ein gesundes Frühstück? Für's uhh D 화� consumes viel snow Blumenarnos Und sieben In die vardı Schwarzen Wollieren Äin Und sieben Über Können v Bis zum nächsten Mal.